Ich nehme das Video sofort an, wenn ich Pultet eingesetzt habe. So, Hellung nehme ich nochmal mit. Schraubband, jetzt haben wir ja einen Bossfight. Da lagen noch welche. Okay. 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 Leistung von dem Carlos angucken. Das ist so gut. Awesome, Carlos! Awesome! Hallo, das ist ein Menü, danke. Meine Dressen sind auch mit, ey. Alter, warum dauert das so lange, bis die immer mal aufstehen, was war denn das da, ey? Aufm Sack, ey, dass die da so ewig lange liegen bleibt, oder du drückst wie so'n Monox, was war das so lange, bis die da so hoch ist. Resident Evil. Oh, das ist immer so schwer zu erkennen, wenn man sich heilen soll, aber nicht. Du hast ja hier keine Anzeige oder so, weißt du, in der AP stehen. Oh, warte mal hier, was vergessen. Wenn wir das Zorn retten noch, ne? Ich spiele die neuen Spiele, weil du hast halt die Autosave. Oder wenn du irgendwas Wichtiges gemacht hast, hast du immer einen automatischen Save. Das ist halt bei diesen alten Spielen nicht. Das ist halt bei diesen Spielen. 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 Langweilig Die Die Sieg 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Nix bringt mir das Auslöschen, hat keine Invincibility Frames. Nix bringt mir das Auslöschen. Warte, die von Muni benutzen die. Und 9mm? What? Warte, die von Muni benutzen. Wann retten wir ins Feuer rein? Ist der dumm? Hey, nicht auf mich. Jill! Jill! Warte. Oktober 1. Nacht. Ich bin auf dem Geräuschen. Ich kann nicht glauben, dass ich immer wieder жив bin. Sieht aber nicht wie das Krankenhaus aus. Carlos? Es sieht aus, dass unsere Räume ausgewertet wurden, von denen wir zuvor kennengelernt haben, oder? Keine Angst, Jill. Diese Kirche ist sicher. Ich wurde durch das Virus infektiert, nicht wahr? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Hey, wir spielen Carlos. Die alte Flitzpippe. Was hatten wir? 100%! Merks, Handgun und drei Inkrivenants. Ja, Leute. Wie gesagt, ich bin der Freund von Autosaves in Videospielen. Das war mein Autosave. Weiter geht's. Oh ja. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Oh ja. Was ist denn jetzt unsere Aufgabe? Wie waren wir noch? Wie waren wir noch? Oh, recht locker. Das ist unsere Aufgabe. Ja. 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 Ich will da wo Kräuter holen oder was wollen die von mir? Wir dürfen wieder raus noch nach oben. Ah, guck mal wie das ist. Oh, ist die Glocke jetzt weg? Ne. Ah, aber Carlos kann ich wegschieben. Hospital, ach guck mal, noch ein dicker fütter Park. Jetzt kommen wir zum Krankenhaus, siehst du? Kann ich mir die Muni lieber aufheben? Na fenn ihr Bart, verdammt. Wo ist er? Hm? Hm? Wo ist er? Hmm. Nice. Hmm. Hier dann, ne? Ja. Und die kleinen Scheiße. Geht nicht beim Rennen, oder was? Geht nicht beim Rennen. Geht nicht beim Rennen. Geht nicht beim Rennen. Geht nicht beim Rennen. Meine Hand hat sein eigenes Inventar mit der Kiste... Interessant. Die Hand hat sein eigenes Wurf für die Begegnung und die Begegnung. Kann denn hier mich vergiften? Also spielen wir auf jeden Fall auch das Hospital. Und ich hätte jetzt echt gedacht, es gibt kein Hospital. Willkommen zurück, Männchen. Ich habe mich dazu entschlossen, Autosaves zu benutzen. Also Autosaves, die ich manuell machen muss. Hast du kein Internet gehabt oder hast du geschlafen? Was ist der AFK? Oh, das habe ich wohl übersehen. Ja, dann willkommen zurück, Männchen. We'll take the tape recorder. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Kassette, ne? Ich bin Nathaniel Bad, verdammt nochmal. Ja, jetzt brauchen wir nur noch die Kassette. Sorry. Voice recognition lock. enter your voice. Das war ja super easy. 4F oder B3? Machen wir mal 4F. Brains. 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 So hinten ist zu, da ist offen, da ist offen. Brauchen wir ja mal bestimmt nicht. 4.02 steht ja auch da oben. Aber 4.01 ist offen. Komm mal rein. Ich werde komisch in Wurma. Something has to be placed here. Das sieht doch so aus, wenn man das hier schieben könnte. Oder so. 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 Nicht schreien! Nein! Nikolai? Du bist noch alive? Du hast gesehen, was passiert? Was ist passiert? Ich bin einer der Supervisoren. Das ist alles, was du jetzt brauchst. Warte! Was? War das gerade der Typ, der im Remake überlebt? Und dann später dann durch Nemi stirbt? War doch der gerade, oder? Die Nikolai einfach rausjumpt, Alter! Was? Was? Was war das denn, ey? Too dark! Sag mal die Ogen auf! Sick Room Key? Ja, nehmen wir mal mit. Was ist denn hier mit der Akte? Die dürfen wir nicht nehmen, oder? Oh Gott! Hm. Anscheinend nicht. Für uns. Was? Okay, ich habe jetzt einen Key bekommen. War nicht für hier hinten, ne? 401. Ja. Geht doch. Ja. Geht doch. Oder? Man kommt es auf! Weißt du eine holesonde Mit градieren? Wirklichkeit. Auf jeden Fall falsch, oder? Das war's für mich. Scheiße, ich schade auffache, Susanne. ein bisschen ein bisschen safe ein number based log 0 0 0 ok 2 3 0 meine nummer war bisher noch nicht bekommen oder ja die 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 Das ist mir jetzt. Das war's. 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 Das. Das ist. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zufall Aha, hier ist das Fläschchen rot Im Remake war das so ein schönes Lila Mal Dampf ab Vielleicht noch was ganz anderes abdampfen lassen Scheint aber nicht hineinzukommen, sehr schön Oder noch nicht Okay, alles klar Dann fangen wir wieder nach oben Gucken wir mal, beim Eingang irgendwas ist Ja, also im Prinzip können wir jetzt wieder zurück Hier mussten wir es selber mixen Im dritten Teil war es schon fertig gemixt Also im Remake war es schon fertig gemixt Dann mussten wir das nur holen Es regnet Hey, Handshake Ich bin dritten Teil war es schon Ich bin dritten Teil war es schon Das ist so gut, das Ding. I love it. Oh, ist das für Jill in der Park? Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Lockpick, so wie es aussieht. Sind die Würmer jetzt hier schon hoch? Was sind das? Sind ja wie immer so viele Würmer. Weg. So, sie war auf der anderen Seite. Wie war die Lampe, die so kommt? Ach, da liegt doch immer irgendwas rum. Aber war nur die Perspektive. Die Zombies sind wirklich so platziert, dass der eigentlich bei einigen locker dran vorbei laufen kann. Die Zombies sind wirklich so platziert. Ich brauche nicht die Würmer jetzt. Wenn ich mich in einem Zombies bin, bin ich nicht wunderschön. Ich will dein Wort, dass du mich töten kannst. Schau mal. I must take care of her soon as possible. Mal vergessen. Hä? Schieß hier und geh nach Hause. Ich hätte doch meine Lieblings-Jill nicht erschießen. Ja, hallo? Das wäre ja als... Ne. Selbst wenn du hier liegen würdest, würde ich hier auch nicht erschließen und nach Hause gehen. Aber wenn was fehlt. Wenn was vergessen? Vaccine Medium. Was vergessen? To make the Vaccine, you will need to control the five... ... haben wir alle schon gemacht. Increase, Decrease. If you adjust to go, so say stop in the center, the Vaccine Medium will be then to suit automatically. Haben wir. Aber ich kann es nicht benutzen. Aber ich kann es nicht benutzen. Was habt ihr denn immer so gegen Jill? Ist doch ne ganz Liebe. Außer die im Film Da ist er echt schrecklich Aber Habt ihr denn immer gegen Jill? So Leute, was soll ich denn jetzt hier mit dem Vaxin machen? Mit dem Heilmittel Hab ich irgendwas vergessen? Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das gerne sagen Soll ich das gerne sagen Was will ich mit dem Vaccine machen? Oh nochmal Google, was soll ich damit machen sollen? Ich habe die Spiele ja auch nicht gespielt, was? So, wegziehen Wixing Base Ah, ich weiß, dass ihr keine Ahnung habt, deswegen gucke ich ja selber jetzt Wixing Base Hmm. Hmm. Wir müssen aber...